Die wirtschaftliche Lage in Deutschland verschlechtert sich immer weiter. Dazu hat sich jüngst auch Maurice Höfgen im neuesten Wirtschaftstalk bei Jung und Naiv gemeldet und hat einen ziemlich guten Beitrag dazu gemacht, den wir uns gemeinsam ansehen werden. Es geht um den Absturz des deutschen Arbeitsmarktes. Das ist wirklich sehr großes. Beliebig miteinander verwechselt werden. Das erste ist, dass es in Deutschland einen eklatanten Fachkräftemangel gibt und dass es in Deutschland einen allgemeinen Arbeitskräftemangel gibt. Die Bundesagentur für Arbeit sagt, ja, es gibt einen Fachkräftemangel in manchen Bereichen, geografisch gesehen, in manchen Branchen durchaus. Besonders betroffen, also der Klassiker ist beispielsweise Pflegeberufe, Erzieherberufe, IT-Berufe, Ingenieurberufe, sowas. Und einen allgemeinen Arbeitskräftemangel sagt, die Arbeitsagentur gibt es allerdings nicht. Und das IAB macht immer Umfragen, um zu erfassen, wie viele offene Stellen es denn gibt. Und die neueste Umfrage schauen wir uns mal an. Und man sieht schon am Chart insgesamt, dass die Anzahl der offenen Stellen gesunken ist. Die warme Spitze bei... Das heißt, die Konjunktur kühlt sich ab. Die Unternehmen suchen weniger Leute als zuvor. Also die Zahl der offenen Stellen, ihr könnt das hier ungefähr ablesen, die ist sogar relativ deutlich. Von etwa 2 Millionen auf jetzt 1,6 Millionen gesunken. Also nicht mehr sofort zu besetzen in offenen Stellen, dazu kommen wir gleich. Dort sieht die Lage sogar noch schlechter aus. Aber insgesamt gibt es laut IAB-Umfrage 1,6 Millionen offene Stellen. Diese Umfrage, die ist, ich sag mal so, relativ großzügig. Die fragt einfach nur Unternehmen, sucht ihr Leute? Und die Unternehmen sagen dann, ja, wir suchen Leute. Und so kann man halt eigentlich eine Umfrage nicht durchführen. Denn jedes Unternehmen, das zu noch so schlechten Konditionen Arbeiter sucht, zu Konditionen, zu denen man einfach keine Leute findet teilweise, das sagt dann bei so einer Umfrage, ja, natürlich suchen wir Leute. Deswegen sind solche Umfragen hier mit Vorsicht zu genießen. Die Zahl wird etwas, wird tatsächlich etwas zu hoch angesetzt sein. Tatsächlich wird die Zahl der wirklich offenen Stellen etwas niedriger liegen. Die Ergebnisse, also die Zahlen, die das Statistische Bundesamt rausgibt, die sind deutlich, deutlich niedriger. Da sind es weniger als 800.000 offene Stellen. Aber die Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind wohl dann doch zu niedrig. Deswegen diese IAB-Umfrage hier. Aber lassen wir Maurice mal weiterreden. 1,9 Millionen, fast 2 Millionen offenen Stellen. Wenn man mal in Interviews zuhört, vor allem bei AfDlern, FDPlern, CDUlern, die nutzen immer noch diese Zahl 2 Millionen offene Stellen. Die ist allerdings veraltet. Die gibt es nicht mehr. In Umfragen kommt man nur noch, in Anführungszeichen, auf 1,5 Millionen offene Stellen. 1,567, um genau zu sein. Das sind also Stellen, die die Firmen angeben und die das IAB dann hochrechnet auf die Gesamtwirtschaft. An Stellen, die derzeit zu besetzen sind. Die Zahl ist größer als die Zahl von der Arbeitsagentur, denn die Arbeitsagentur meldet immer nur die, die auch bei der Arbeitsagentur gemeldet sind. Also wenn Unternehmen Stellen suchen, melden die das der Arbeitsagentur, so und dann wissen die Bescheid. Und die offenen Stellen sind immer das bessere Ergebnis, weil das natürlich nicht jede Firma so macht. Eine entscheidende Einschränkung von diesen 1,5, wenn wir aufgerundet 1,6 Millionen offenen Stellen, ist eine Unterscheidung nach sofort und später zu besetzenden Stellen. Wenn man das hier nämlich mal anguckt, ist der Anteil der sofort zu besetzenden Stellen deutlich kleiner. Nur 1,23 Millionen, abgerundet 1,2 Millionen. Und das ist eigentlich die Zahl, über die wir sprechen müssen, wenn jemand sagt, ja, es gibt ja Arbeitskräftemangel und überhaupt, ja, dann bitte lasst uns über diese Zahl reden, dass gerade es 1,2 Millionen offene Stellen gibt. Nicht 1,6, nicht 1,7, auch nicht 2, sondern 1,2. Macht schon mal einen Unterschied. Ja, habt ihr doch mal gehört, die Stellen, die wirklich sofort zu besetzen sind, sind nochmal 400.000 weniger. Und wir haben dazu als Gegenpart 2,7 Millionen offizielle Arbeitslose. Dazu muss man sagen, die offiziellen Arbeitslosenzahlen sind auch deutlich zu niedrig angesetzt. Und auch die offiziellen Arbeitslosenzahlen, die steigen tatsächlich. Und dazu kommen wir jetzt. Wenn wir uns dann mal anschauen, wie denn, was denn die Gründe dafür sind, dass Stellen nicht besetzt werden, gibt es für 2023 neue Zahlen. Die sind aber im Zeitablauf relativ stabil. Und zwar sehen wir hier, dass ein Viertel der Stellen nicht zu besetzen sind, weil die Firmen angeben, unzureichende berufliche Qualifikation der Bewerber. Das wäre also klassisches Thema Fachkräftemangel. Es bewerben sich nicht die richtigen Leute mit der richtigen Qualifikation. Rund ein Drittel sagen generell zu wenig Bewerber. Okay. Jetzt aber noch zwei andere interessante Kategorien. 18,5 Prozent sagen zu hohe Lohn- und Gehaltsforderungen. Das heißt, rund 200, weiß nicht, 200.000. Ja, das heißt, also 200.000, Maurice hat es gerade schon gesagt. Wir hätten 200.000 offene Stellen weniger, wenn die Unternehmen tatsächlich höhere Löhne zahlen würden. Also viele Unternehmen, die suchen Leute, wollen die Leute aber nicht gut genug bezahlen, damit die Leute dann die entsprechenden Arbeiten ausfüllen. Das waren schon 30.000 über den Daumen gepeilt. Der sofort zu besetzenden Stellen könnten besetzt werden, wenn die Firmen höhere Löhne zahlen. Oder bereit wären, mehr zu zahlen. Auch das, ja, in einer Marktwirtschaft, wenn etwas knapp ist. Aber wenn Arbeitskräfte, Fachkräfte angeblich so knapp sind, wie löst man das? Naja, was knapp ist, ist in einer Marktwirtschaft teuer. Also muss der Preis steigen. Wenn die also bereit wären, höhere Preise zu zahlen, könnten sie eben diese Stellen besetzen. Und dann gibt es immerhin noch 15 Prozent, wenn man die zusammenrechnet, also auch wiederum etwas mehr als ein Drittel, an Stellen, die nicht besetzt wurden, weil die Arbeitsbedingungen zu schlecht waren. Und es wird dann hier angegeben, mit fehlender Bereitschaft der Arbeitssuchenden, die Arbeitsbedingungen zu erfüllen. Das heißt dann, Pause, Pausenzeiten, Homeoffice-Regelung, Entfernung zur Arbeitsstätte, Benefits, was auch immer. Schichtplan, ja, all das führt dazu, dass eben es nicht zu einer Neueinstellung kommt. Auch wiederum was, was der Arbeitgeberseite in der Hand hat. Und wenn wir das mal zusammenrechnen, ja, dann sind mehr als ein Drittel der Stellen zu besetzen, wenn die Arbeitsbedingungen verbessert würden, ja, immer im Hinterkopf behalten. Dann können wir uns auch nochmal das Qualifikationsniveau angucken. Und auch das verrät uns einiges darüber, was wir denn von diesem Fachkräftemangel und dem lauten Gehole insgesamt halten sollen. Denn hier sehen wir, dass von den 1,2 Millionen sofort zu besetzenden Stellen im ersten Quartal 24, per Erhebung Q423, hier sind die Zahlen dann also ein bisschen älter, trotzdem interessant, weil man sieht es im Zeitablauf auch relativ stabil, sind ein Viertel der Stellen ohne Berufsabschluss für Ungelernte. Ja, und wiederum nur 20% erfordern einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss. Ja, diese 20% passen wiederum ganz gut dann eben zu dem, was wir hatten mit den, warum es nicht klappt, also zu geringe Qualifikation angeblich der Bewerber. Das gibt uns doch ein ganz gutes Bild davon, was am Arbeitsmarkt los ist. Wenn wir jetzt noch gleichzeitig das hier dazu nehmen, das Arbeitsmarktbarometer vom IAB, das ist so ein Barometer, mit dem die mal messen, wie es denn insgesamt so um den Arbeitsmarkt steht. Und hier sieht man für 2024, die Arbeitslosigkeit, wenn Werte unter 100 sind, ist das schlecht, ist so schlecht, also die Komponente Arbeitslosigkeit ist so schlecht wie lange nicht. Während Corona war es schlechter, aber wenn man zurückguckt bis 2014, so groß war das Problem Arbeitslosigkeit lange nicht. Auch die Beschäftigung geht runter und das Arbeitsmarktbarometer insgesamt ist so schlecht wie lange nicht. Das bedeutet, die offenen Stellen werden weniger, der Arbeitsmarkt läuft schlechter und wir haben steigende Arbeitslosigkeit. Hier die neuesten Zahlen von der Arbeitsagentur. Die Arbeitslosigkeit ist im Juni 2024 auf 2,7 Millionen gestiegen. Wenn man allerdings kurzfristige Arbeitsunfähigkeit und so weiter oder Menschen in Maßnahmen, Umschulungsmaßnahmen etc. mit hinzunehmen, kommt man auf 3,5 Millionen Personen, die, ja, und wenn man Leute, die eigentlich in Teilzeit arbeiten und gerne in Vollzeit arbeiten würden, dann würde man auf noch mehr Vollzeitäquivalente kommen. Also die offiziellen Arbeitslosenzahlen, die sind deutlich zu niedrig. Ihr könnt da nochmal die anderthalbfache bis doppelte Menge rechnen, wenn ihr die realen Arbeitslosenzahlen wissen wollt. Also das hier, also diese 3,5 Millionen, das ist schon ein bisschen mehr, aber tatsächlich sind noch wesentlich mehr Leute arbeitslos beziehungsweise würden gerne Vollzeit arbeiten können, können das aber nicht, weil es eben nicht die entsprechende Nachfrage nach Arbeitskräften gibt. Also ihr habt es vorhin gehört, laut dem IAB 1,2 Millionen sofort zugesetzende offene Stellen, laut der Bundesagentur für Arbeit weniger als 800.000 bei 2,7 Millionen offiziellen Arbeitslosen beziehungsweise, wenn man es anders rechnet, sogar mehr als 3,5 Millionen. Also ihr seht hier die Zahlen. Wir haben, also selbst laut den IAB-Zahlen, wenn man die sofort zugesetzenden Stellen nimmt, die 1,2 Millionen, haben wir mehr als doppelt so viele offizielle Arbeitslose wie sofort zugesetzende offene Stellen. Also das ist die Situation in Deutschland. Wir haben keinen Arbeitskräftemangel. Wir haben ein Problem mit Unterbeschäftigung. Wir haben zu wenige Arbeitsplätze. Wir haben nicht, die Firmen, die reißen sich nicht um Arbeitskräfte, zumindest im großen Bild. Natürlich kann es einzelne Bereiche geben, wo es einen Mangel geben mag. Kann sein. Aber im großen Bild haben wir keinen Arbeitskräftemangel, sondern wir haben ein Problem mit Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslos waren 142.000 mehr als vor einem Jahr. Bei der Arbeitslosigkeit allein sind es 172.000 mehr. Also Arbeitslosigkeit steigt, offene Stellen sinken und gleichzeitig haben wir 242.000 Beschäftigte, denen konjunkturelles Kurzarbeitergeld bezahlt wird, nach 200.000 im Februar. Also Kurzarbeit steigt. Und das kann man auch verstehen, wenn man sich diese Grafik hier anguckt. Das ist der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe, Industrie beispielsweise. Und man sieht es gleich an der Grafik. Also ein großer Downfall, vor allem kommt der Downfall jetzt auch von Aufträgen aus dem Inland. All das zeigt, die Wirtschaft läuft schlecht. Die Auftragseingänge sind im Mai 8,6 Prozent unter dem Vorjahresmonat gewesen, 1,6 Prozent unter dem Vormonat, Saison und Kalender bereinigt. Bedeutet, wir können es zusammenfassen, es gibt weniger offene Stellen, weil der Arbeitsmarkt schlechter läuft. Gleichzeitig reden Leute aber von einem Arbeitskräftemangel. Dabei gibt es rein offiziell 3,5 Millionen offizielle Arbeitslose, wenn man auch dann die Kurzarbeit mit dazu nimmt, wo man es eigentlich nicht kann. Die haben ja einen Arbeitsvertrag, 3,7. Wenn wir dann noch hinzunehmen, Geflüchtete, die eigentlich arbeiten wollen. Wenn wir dann noch hinzunehmen, Mütter oder Väter, die eigentlich arbeiten wollen. Wenn sie denn das Kind oder die Mutter, den Opa, was auch immer untergebracht bekämen. In Kitas, in Pflegeheimen, in Altersheimen, wenn wir hinzunehmen, dass 700.000 Menschen unfreiwillig Teilzeit arbeiten, also nur, weil sie keinen Vollzeitjob hinzunehmen, haben wir noch immer eine Handvoll Leute auf jede offene, sofort zu besetzende Stelle. 1,2 Millionen gegenüber 3,5 Millionen offiziell. Wenn ich alles hinzurechne, was ich jetzt da gerade noch so genannt habe, kommen wir auf einen Wert von über 5 Millionen. So, 1,2 zu 5 Millionen macht fast eine Handvoll Leute auf jede zu besetzende Stelle. Es gibt keinen Arbeitskräftemangel, das geben die Zahlen nicht her. Und, wichtig, weniger offene Stellen. Ja, es verschlechtert sich sogar noch. Das ist die Entwicklung. Also es gab selbst zu den Hochzeiten, wo alle von vorher Beschäftigung gesprochen haben, keinen allgemeinen Arbeitskräftemangel, sondern nur einen Fachkräftemangel vielleicht in bestimmten Bereichen. Und die Situation verschlechtert sich immer mehr. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Zahl der offenen Stellen sinkt. Die Zahlen, die sind hier ziemlich eindeutig. Steigende Arbeitslosigkeit, das merken wir uns gleich mal für die Haushaltsdebatte. Denn die Ampel ist ja auf die Idee gekommen, die Bedingungen beim Bürgergeld noch weiter zu verschärfen. Noch immer reißt die Debatte nicht darüber ab, dass das Bürgergeld ja sowieso das größte Problem sei. Ungerecht und würde die Menschen vom Arbeitsmarkt fernhalten. Hat auch Thomas Kemmerich von der FDP Thüringen so gesehen, als er im Interview bei Thilo war. In Klammern schauen wir auch gleich drauf. Und das alles, während wir also steigende Arbeitslosigkeit und sinkende offene Stellen haben. Also die offenen Stellen gehen auch zurück, weil die Firmen natürlich Beschäftigung da abbauen. Und weniger neue suchen. Ist ja klar. Jetzt müssen wir nochmal kurz zurückgehen. Auftragsangang im verarbeitenden Gewerbe. Ihr seht es hier, minus 1,6 zum Vormonat ist jetzt tatsächlich nicht der relevante Vergleich. Der relevante Vergleich ist minus 8,6 Prozent zum Vorjahresmonat. Das ist doch sehr interessant. Die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe, die sinken immer weiter. Das wird sich auf die Produktion durchschlagen. Und die Produktion ist seit 2018 schon um mehr als 10 Prozent gesunken. Also es sieht sehr, sehr schlecht aus in Deutschlands Industrie, in Deutschlands verarbeitendem Gewerbe. Und die Lage, die wird sich wohl vorerst noch weiter verschlechtern. Ähnlich sieht es im Wohnungsbau aus, wo auch sehr, sehr viele Menschen arbeiten. Der Wohnungsbau ist sogar wichtiger als die Autobranche. Und auch da kann ich euch ja mal die Zahlen zeigen. Hier seht ihr nun mal die Baugenehmigungen. Die sind von ungefähr über 30.000, wo sie sich jahrelang bewegt haben. Zumindest von 2016 bis 2022. Auf mittlerweile unter 20.000 abgestürzt. Auf rund 18.000 kann man sagen. Also es ist, beziehungsweise der Sorgen mit Kalender bereinigt sogar 17.000. Also die Bautätigkeit, die neu genehmigten Wohnungen sind um mehr als 40 Prozent, also die Zahl ist um mehr als 40 Prozent abgestürzt. Also das ist eine einzige Katastrophe, die wir hier auch in einem anderen wichtigen Bereich sehen. Die Industrie stürzt ab, der Wohnungsbau stürzt ab. Also mehr oder weniger die Entwicklung, die wir seit 2022 jetzt beschleunigt sehen, die setzt sich fort. Logischerweise steigt dann die Arbeitslosigkeit. Logischerweise sinkt dann die Zahl der offenen Stellen. Sprich, die Konjunktur verschlechtert sich immer weiter. Was es jetzt bräuchte, wären Zinssenkungen, staatliche Ausgabenprogramme. Sprich Konjunkturförderung, Steuersenkungen. Was bräuchte? Der Staat müsste jetzt endlich Geld ausgeben. Die Ampel macht genau das Gegenteil. Die Ampel setzt auf Sparpolitik. Die Ampel setzt auf schwarze Null und verschlimmert damit das Problem. In dem Sinne reagieren wir gleich noch auf Uris Bericht zum Gleichwertigkeitsbericht. Da hat er auch ein paar sehr interessante Bemerkungen gemacht. Aber hier mache ich jetzt erstmal einen Cut für YouTube. In dem Sinne, die Leute, die das auf YouTube sehen, die nächste Reaktion kommt dann wahrscheinlich morgen früh. Zum Abschluss nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Folgt mir bitte auf Rumble. Dort heiße ich Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Ich blende das mal rein. Wartet mal kurz. Da heiße ich Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Also habe hier diesen Kanal. Also da lade ich meine Videos normalerweise hoch, bevor ich sie auf YouTube hochlade. Und folgt mir auf Odesee. Dort habe ich zwei Kanäle. Nämlich Agitator der sozialen Marktwirtschaft und die sekundäre Agitation. Folgt mir auch dort gerne, wenn ihr die Videos, die ihr auf YouTube seht, auch dort sehen wollt. Es ist wichtig, dass wir uns etwas unabhängiger von YouTube machen. Deswegen an dieser Stelle der Hinweis auf die alternativen Plattformen. Ich schreibt schon im Chat, Abstieg, wir sind im freien Fall. Ja, der Wohnungsbau, der befindet sich definitiv im freien Fall. Also die Industrie, die steigt gerade sukzessiv ab. Das wird sich wegen der hohen Energiepreise wohl fortsetzen. Das ist vor allem die energieintensive Industrie, die ziemlich abgestürzt ist. Aber wo der Abstieg seitdem nicht weitergegangen ist zumindest, muss man auch sagen, die hat sich ein bisschen stabilisiert auf niedrigem Niveau. Aber der Wohnungsbau, der stürzt ab und es ist kein Änderungsicht. Also das ist echt der Sektor, der am meisten Sorgen macht. Das kann man gar nicht bei den hohen Energiepreisen und auch den hohen Wohnungspreisen, dass es gerade der Wohnungsbau ist, wo es noch viel katastrophaler aussieht als in einer energieintensiven Industrie. Aber die Zahlen, die sprechen da eine eindeutige Sprache. Die energieintensive Industrie, die ist nur um rund 15 Prozent abgestürzt, beziehungsweise fast 20 Prozent. Und der Wohnungsbau, der ist in den letzten zweieinhalb Jahren um mehr als 40 Prozent abgestürzt, was schon ziemlich katastrophal ist.